Schon ab der 9. Schwangerschaftswoche kann ein Fötus im Mutterleib Schluckauf bekommen. Im letzten Drittel hickst das Ungeborene dann etwa 15 Minuten am Tag. Denn dieser Mechanismus hilft dem Baby, sich auf die selbstständige Atmung vorzubereiten. Schluckauf stärkt die Muskulatur des Brustkorbs und Zwerchfells. Forschende vermuten, dass Babys durch den Schluckauf lernen, ihre Atemmuskulatur wahrzunehmen. Im Mutterleib wird Fruchtwasser durch das Zwerchfell gepumpt. Nach der Geburt kann das Neugeborene auf diese Weise Luft in die Lunge saugen und wieder abgeben.